Benni beim Set aufdrehen. Oh, das war wirklich. Haha. Perfekt. Stimmt, ich wollte eigentlich heute einen Vlog machen. Ich würde sagen, damit willkommen zum heutigen... Warte, aber ich befürchte, das Mikro ist nicht an. Na doch, es ist an. Ja, lass es so drin, wie es ist. Ich lass es drin, wie es ist, okay. Willkommen zum heutigen Vlog. Es ist zwar kein Vlog, weil ich habe einen Kameramann. Uh. Zum heutigen Video. Yeah. Joey ist der Kameramann. Kuckuck. Das sagt schon alles eigentlich. Ja. Ja. Wir nehmen heute ein paar Sachen auf. Machen ein paar Werbeshootings. Wir haben ein paar coole neue Dinge. Und zwar... Geh mal rüber. Spontaner Vlog, oder? Spontaner Vlog. Spontanes Video. Und zwar... Wir haben einmal den Weihnachtsbären im BK Shop. Hast du dich übersetzt, oder was? Und einmal den Weihnachts... Na ja. Was hast du denn mit ihm gemacht, Joey? Einmal den Weihnachtstiger. Ab jetzt erhältlich 19,99 Euro. Das ist doch ein Schnapper. Qualität ist gut. Sag ehrlich, Joey. Das... Ja, das sind tolle Dinge. Die kann man gut schlagen. Falls ihr in der Wicked League wieder gebrochen seid an Weihnachten und nur Scheibe zieht. Ich bin mit euch. Außerdem haben wir ein... Das wird jetzt einfach ein Produktplatz für uns das Video. Dauerwerbesendung. Außerdem, wir gehen heute wieder ins Licht, dann sehe ich besser aus. Und so sehe ich es auch im Lichtlicht. Perfekt, danke. Einen Regenschirm. Und ihr seht, da steht was drauf. Wow. Jetzt bin ich perfekt geschützt vor Wind und Wetter. Das ist auch super. Ja, ich habe das schon getestet im Trocknen. Ja. Joey ist das Model für die aktuelle Kollektion. Ich bin immer das Model, Leute. Ja. Mehr können wir uns nämlich an der Stelle auch nicht leisten. Du, ich nicht. So. Nächstes, was wir haben. Sind selbstverständlich die Sweater. Die gibt es aber auch schon länger. Ja. So. Und dann haben wir noch... Was machen die denn eigentlich? Ähm... Und dann haben wir noch eine Kochschürze. Die werden wir aber erst in der Live-Show benutzen. Ich weiß eigentlich nicht für wen die gemacht ist. The Rock oder was? Aber... Ja, ich musste die mir dann halt ein bisschen enger binden hier oben so. Aber, sieht auch super aus. Boah, ich bin so ein guter Kameramann. Jetzt kaufen. Link ist hier irgendwo. Ey, Fritz Meinecke, wenn du das siehst. Ich bin nächstes Mal Kameramann bei Knossel bei Seven and the Lights. Da freut er sich. Seven and the Lights. Wir zünden auch keinen Baum an. Wir haben... Nicht nur einen. Ey, wieso ist das gerade dunkel geworden, der Bildschirm? Weil du zu nah dran bist, dann kannst du so durchgucken. Aha, okay, cool. Können wir heute einen Ankert-Lock daraus machen. Kann ich machen einen Ankert-Lock. Scheiße. So. Dann haben wir hier einen Weihnachtsbaum weißen. Weil natürlich hier eine weiße Watte liegt. Das sehe ich besser aus, wie gesagt. Und auch nicht. So. Weiß es nicht. Für Weihnachts-Show. Es starten die Vorbereitungen. Werfe Shootings für die Weihnachts-Show. Äh. 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 Ähm. Grüß gehen raus an René. So. Und hier haben wir... ...einen anderen Weihnachtsbaum. Und zwar den hier. Äh. Auch natürlich weiß hier. Es ist noch nicht final. Warte, der hat es ankert. Ne? Jetzt machen wir so richtig geiles. Boah. Geil. 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 Auf Bennys Werden. Geil. Geil. Das wird so drin bleiben. Ähm. Dann haben wir hier natürlich die Talkshow und Ding Ecke. Die muss natürlich auch so sein, wie sie ist. Es ist bei Weitem noch nicht alles fertig. Aber das ist jetzt nur die grobe Ding, dass wir hier heute die Werbeshootings machen können und konnten. Wieso gehst du so weit weg? So, wenn man für mich hier... Ja, weil der Bildschirm wieder schwarz war. Ich weiß glaube ich zu nah, oder? Ja, ne. Wenn du zu nah mit deinem Kopf an die Kamera gehst, dann... Ah. Echt? Oh, das stimmt. Geil. Boah. Guck ihn mal hier an. Diese Cinematic-Effects. So. Ich dachte, wir machen das Uncut. Ja, machen wir auch einfach. Leute, das ist der lustigste Vlog. Hier ist... Hier ist die Weihnachtsbaum... Hier ist meine Jacke und nicht dein Weihnachtsbaum. Hier ist meine Jacke und nicht dein Weihnachtsbaum. Hier ist meine Jacke. Die Bananenjacke. Die Bananenjacke. Die Bananenjacke. Was soll das? Let's go. Kann ich direkt Skifahren gehen? Skiiiifahren. Ähm. Der Kühlschrank ist immer noch was drin von der Halloween-Show. Müssen wir vielleicht mal wieder ersetzen. Da sind nicht drin. Nein, hauat. Boah. Äh, nein, warte mal. Hier ist das Ding, ne? Ach Leute, komm. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wir hatten da schon wieder rausgesunken. Hier steht die Flasche. Hier war nie eine Flasche. Wann wird die Weihnachts-Show sein? Wir haben es gerade oft genug. Ich blende euch hier mal ein, zwei, drei von diesen Clips, die wir gerade erstellt haben, ein. Guck mal. Und Aktion. Guck mal. 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 Guck mal.